ja herzlich willkommen zu diesem achten video aus meiner reihe mit zehn quizlet videos und da geht es darum was passt zusammen welche frage passt zu welcher antwort welche vokabel was zu welcher übersetzung es geht hier um den sogenannten zuorten videos modus zeigt jetzt mit der quizlet android app wie man hier lernen kann vor allem hier ist der zuorten modus ich habe hier die lernsitzung geöffnet europa hauptstädte sich erstellt habe ich habe hier auf der linken seite die sogenannten begriffe ich habe hier dann die europäischen länder eingegeben starten auf der rechten seite sieht man dann die hauptstädte das heißt und der quizlet eine definition also links immer der begriff rechts ist definition man kann genauso gut auch vokabeln eingeben auf der linken seite das englische vokabel auf der rechten seite die deutsche übersetzung kann mir hier auf der rechten seite dann überlegen gehe ich mal hier auf alle lernen kann mir dann überlegen welche diese vokabeln oder welche dieser landeshauptstädte oder welche formel möchte ich mir genau anschauen welche kann ich noch nicht so gut und bei denen gebe ich dann hier ein sternchen da muss ich nämlich mir nicht alle durchgehen sondern muss dann dementsprechend nur die mit den sternchen mehr anschauen gehe dann in dem fall weil ich euch jetzt hier zeigen möchte den zuorten modus gehe ich auf zuordnen werde dann gefragt ob ich das spiel allgemein beginnen das heißt mit allen begriffen wahrscheinlich oder nur mit denen die ich da ausgewählt habe ich will einmal mit den sternchen muss dann hier wie bei einem offenen memory dann arbeiten habe hier österreich muss dann suchen die hauptstoffe in österreich ist wiens verschwindet dann dementsprechend wäre dann berlin mit deutschland frankreich wäre dann paris spanien oder dann hier ungarn budapest und bern die schweiz hier wird dann die zeit angezeigt könnte hier mit allen arbeiten dass er auswahl trifft also hier mir die seite dann voll macht praktisch wo ich könnte wiederum hier nur die sterne nehmen ich mache alle lernen schaue ich zeit ich dann hier schaffe damit dann wieder durch ganz andere begriffe dann in dem fall halt hier länder und ihre hauptstädte heute mal nicht so schwer sogar 13,8 dann kann wieder hier rum in der mit sterne oder nicht wählen und so kann ich sehr gut diese zuordnungen da lernen was ist was das macht sicherlich dann auch dir einen großen spaß und ich habe hier wiederum eine europa quiz mit den hauptstädten und mit den staaten europas hier unten wiederum die aufzählung also österreich wien italien rom und so weiter auf der linken seite haben wir wiederum die begriffe rechts hier wieder die definition und ich kann hier dann wenn ich es mir durchschauen überlegen bei welchen städten welchen hauptstädten könnte ich schwierigkeiten haben sie zuzuordnen nämlich dem richtigen land man könnte hier her können da gebe ich jetzt dann ein sternchen hin und warum ein sternchen weil diese sternchen mir dann hilft diese große auswahl an diesen zum beispiel 48 fragen antworten etwas einzuschränken dass ich nur bestimmte dann zum beispiel als erstes einmal lernen möchte und habe ich hier dann die möglichkeit eben nicht alle mit allen hier etwas zu machen etwas zu lernen in dem fall hier dieser zuorten modus den uns gleich anschauen werden sondern eben hier nur mit diesen sternchen dichter versehen habe wenn ich hier alle nehme spiele ich mit 48 dieser länder und hier nehme ich aber nur 9 und gehe dann in diesen zuorten modus bevor ich hineingehe mag immer mal hinein trotzdem sieht man schon auf der linken seite da steht schon zeit und bestzeit das heißt es geht um ein spiel auf zeit und in möglichst kurzer zeit sollte man eben dann schauen dass man zur richtigen stadt das richtige land oder zur richtigen richtigen land die richtige stadt dann findet die aufmachen gefällt mir persönlich dann im modus etwas besser spiel beginnen muss nämlich hier dann relativ lang dann schauen welchen großen bildschirm hat dass ich dann die richtige übereinstimmung finde bin dementsprechend dann natürlich etwas langsamer tschechien namen trag wo haben wir damals da plan da haben wir irgendwo irland da herunten das ist dann etwas mühsam wenn der bildschirm dann etwas größer ist frankreich paris wo bist du da bin ich gerade vorbeigehuscht schweiz bern madrid und spanien und dann bleibt dann auf der rechten seite ja nur noch italien rom übrig wo meine zeit ist dann 33,6 sekunden nicht so gut ich war schon etwas schneller mit 18,2 sekunden das könnte sein dass ich das auf dem handy geschafft habe oder auf meinem tablet und das verweist uns darauf alles wird synchronisiert das heißt meine ergebnisse die ich auf dem tablet habe wenn ich mich eben da eingeloggt habe werden gleich verglichen dann mit allen ergebnissen auf allen geräten das heißt auch auf dem pc natürlich ja das ist der zurten modus macht an und für sich sehr viel spaß wenn es um zeit geht man bekommt dann auch wenn man eingeloggt ist dann auch dann noch mal ein mail dass ich jemand andere da und das ist dann noch schneller geschafft hat als man selber also soll ein bisschen so den webbewerbscharakter dann ein bisschen fördern und wenn dann eben eine gesamte klasse dann da auch eingeloggt ist dann ein steckgewisser webbewerb wer schafft es dann schneller also soweit hier dann das achte wieder beim nächsten geht es dann darum schneller als der asteroid zu sein da geht es um den modus des schwerkraft spiels also bis zum nächsten video